Es gibt 5 Bikeparks im Harz und in diesem Video bekommst du ein persönliches Ranking und kleine Empfehlungen und Tipps zu den Bikeparks. Auf Platz Nummer 5 und man muss somit sagen, leider der schlechteste Bikepark im Harz ist der Bikepark in Braunlage. Du siehst jetzt hier die Highlights aus diesem ganzen Areal, denn dieser Wormberg ist eigentlich der größte Berg mit den längsten Abfahrten im Harz und leider wird dieser Platz nicht genutzt. Wie du in den Videos siehst, geht es meistens einfach nur geradeaus runter und wie gesagt, das sind wirklich jetzt hier die Highlight-Elemente oder Abschnitte, die du in dem Video siehst. Ja, mehr ist da leider auch nicht und von daher kann ich diesen Bikepark wirklich nur für Leute empfehlen, die alle Bikeparks im Harz ansonsten schon durch haben oder eben halt, ich sag mal mehr oder weniger, so ein geradeaus den Berg runter jückeln irgendwie mögen. Allerdings muss man auch sagen, dass die Elemente nicht unbedingt alle super gut gebaut sind. Es gibt viele Tables oder auch Kurven oder Anlieger-Kurven, die dir eben halt nicht den entsprechenden Halt geben oder die Sicherheit und die nicht unbedingt immer auf die Geschwindigkeiten so angepasst sind, die du eigentlich erreichst, wenn du die Bremse mal ein Stück offen lässt. Von daher mein persönlicher Tipp, nicht als absolut blutiger Anfänger in diesen Park gehen, weil du musst schon so ein bisschen das Ganze einschätzen können, was da so auf dich zukommt auf der Strecke, weil ansonsten könnte es wahrscheinlich doch auch zu bösen Stürzen führen. Also von daher, Bikepark-Bronlage, Platz Nummer 5, nicht so wirklich zu empfehlen und man kann nur hoffen, dass sich da vielleicht in der Zukunft was ändert. Auf Platz Nummer 4 liegt für mich der Bikepark Intale. Ein noch recht junger Bikepark, der aber, ich sag mal, schon echt gut blicken lässt, dass der in den nächsten Jahren sich immer schön weiterentwickeln und wachsen wird. Aktuell gibt es einen Floatrail, der echt verdammt fix ist. Also ich glaube, das ist der schnellste Floatrail, den ich jemals gefahren bin. Da kommst du schon echt gut auf Speed, ist aber auch schön gebaut. Also kann man echt super gut fahren. Dann gibt es eine Downhill-Strecke, die jetzt auch nicht allzu krass ist. Ich glaube, das ist als rote Linie, die kennzeichnet vom Schwierigkeitsgrad her. Das heißt, auch als fortgeschrittener Anfänger kannst du auf dieser Line schon Spaß haben. Es gibt ein paar große Doubles und Gaps, aber die kannst du auch easy umfahren. Die Enduro-Line macht auch richtig Laune. Das heißt, wenn du Bock hast, ein bisschen zu treten und jetzt nicht nur dich mit dem Lift hinauf zu befördern, um wieder hinunter zu rollen, kannst du die auf jeden Fall auch gut fahren. Und ich gehe davon aus, dass der Bikepark in Tahle sich wirklich in den nächsten Jahren noch gut mausern wird. Aktuell ist noch eine weitere Flow-Strecke geplant und auch eine weitere Downhill-Strecke soll es dem Mix geben. Diese Infos sind jetzt hier vom Stand September 2021. Das heißt, wenn du jetzt das Video schon nach September 2021 schaust und vielleicht schon ein paar Monate vergangen sind, schau mal bei denen auf die Webseite. Vielleicht sind die weiteren Linien auch schon fertig und fahr hin. Auch jetzt fahr jetzt schon hin. Das macht auf jeden Fall schon gut Laune dort. Platz Nummer 3 gilt an den Bikepark in Hahnenklee. Dieser Park ist sowohl für Anfänger, Fortgeschrittene und auch Cracks empfehlenswert. Anfänger, weil du hast einen schönen Flow-Trail, auf den du dich einfahren kannst. Du kannst dich ein bisschen auf die Anliegerkurven einstellen und Rooks und kleine Tables und Step-Ups fahren. Du kriegst dann auch langsam immer mehr Gefühl fürs Rad und wenn du magst, traust du dich dann auch auf die anderen Strecken, die schon in Hahnenklee recht wuchzelig generell sind, was aber, ich sag mal so, das Mountainbike-Herz in der Regel ja schon höher schlagen lässt. Und für die absoluten Cracks und die Leute, die auf Airtime stehen, haben die da auch eine richtig große Jumpline mittlerweile gebaut mit vielen Doubles. Also so Sprünge, wo ich mich noch nicht drauf traue. Aber die Jungs, die man da ab und zu mal sehen kann oder auch für weitere Videos hier auf YouTube schaust von Hahnenklee, die feiern das glaube ich schon ganz gut, die Sprünge dort. Also, Hahnenklee auf jeden Fall, mal vorbeischauen. St. Andreas Berg, meine Nummer 2. Der Bikepark in St. Andreas Berg ist wirklich, ja, der anfängerfreundlichste Bikepark, den wir so im Harz haben. Ich denke, das kann man mit gutem Gewissen so sagen. Du hast, wenn du mit dem Lift den Berg hinauffährst, auf der linken Seite drei Strecken, die wirklich für Anfänger super geeignet sind. Und da kannst du einfach nach der Streckenbezeichnung 1, 2 und 3, weil die sind dort in Andreas Berg einfach nummeriert, dich langsam immer weiter an die schwierigeren Strecken trauen. Eins ist ein Flow-Trail, zwei ist ein Single-Trail, wo dich auch schon so ein paar Wurzeln und ein paar kleinere, steilere Stücke erwarten. Strecke Nummer 3 ist die, die du hier gerade im Video siehst, wo, ich sag mal, verspielte Holzelemente drauf gebaut sind. Und die macht echt super Laune. Die hat mir ja vor einem Jahr, als ich mit den Mountainbiken angefangen habe, schon super Bock gemacht. Und jetzt nach einem Jahr, wo ich jetzt doch schon, ich denke mal, ein bisschen schneller und flotter unterwegs bin, macht sie aber immer noch mega Laune. Und ja, auch jeden, den ich mit in diesen Park nehme, verliebt sich irgendwie in Strecke Nummer 3. Sie macht echt super Laune. Nimmst du dann, wenn du den Lift hochfährst, auf der rechten Seite die aktuell drei Strecken, die es dort gibt, dann wird es schon so ein bisschen anspruchsvoller. Wobei eben die Enduro-Strecke auch noch, ich sag jetzt mal, relativ anfängerfreundlich und moderat ist. Und die anderen zwei Downhill-Strecken, da solltest du halt schon ein bisschen wissen, wie du mit deinem Bike so umgehst, welche Geschwindigkeit du fährst und vor allem, wie du ordentlich bremst. Ja, Andreas Berg, also meine absolute Empfehlung, kannst du mit der ganzen Familie hinfahren, kannst du mit kleinen Kindern hinfahren. Da hat wirklich jeder Spaß. Platz Nummer 1, Race Park Schulenberg. Ja, ich habe gerade bei Andreas Berg gesagt, ist meine absolute Empfehlung. Ist es auch. Für Familien, für blutige Anfänger, für Fortgeschrittene, auch für Cracks, die schon richtig abgehen auf dem Bike. Aber Race Park Schulenberg kann ich eben halt nicht so uneingeschränkt empfehlen. Es ist für mich der beste Bike Park im Harz. Aber er ist eben nichts für blutige Anfänger, er ist nichts für kleine Kinder. Du musst schon Bock haben. Ich bin auch als relativ junger, blutiger Anfänger letztes Jahr das erste Mal im Race Park Schulenberg gewesen. Ich wusste, worauf ich mich einlasse. Ich habe auch sehr viele Bodenproben genommen und mir auch ein bisschen fehlgetan. Aber hey, das Ding in Schulenberg schult ungemein. Du lernst dort richtig gut fahren und halt, wenn du schon richtig gut fahren kannst, dann kannst du da halt immer auch richtig abgehen. Und große Gaps fliegen, wenn du so ein Airtime-Junge bist. Du kannst aber schöne Downhill-Strecken runterfahren. Du kannst über Wurzeln pesen. Du hast den sogenannten Stempelstieg, der recht, ich sage jetzt mal, verspielt, angelegt ist, aber eben halt schon mit ordentlichen Hindernissen. Also du musst schon so ein bisschen wissen, was du so tust. Es ist ein kleiner Park. Es sind kurze Strecken, aber jede Strecke hat es absolut in sich. Ich habe auch das Gefühl, die Dinger werden nie langweilig. Du hast einen Schlepplift, mit dem du dich halt den Berg hochschleppen lässt. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig am Anfang, aber du bist dadurch eben halt auch wieder super fix oben. Also ich glaube, du schaffst in keinem anderen Park so viele Abfahrten, bis halt wirklich deine Unterarme und Hände nur noch aus Pulling bestehen. Also, wenn du es mal richtig schön gehen lassen willst, Race Park Schulberg meine absolute Empfehlung. Aber du musst halt schon wissen, dass das kein Kindergarten dort ist, sondern das geht schon gut zur Sache da. Macht aber halt unheimlich Laune und die Atmosphäre in dem Ding ist sowieso der absolute Oberknaller, weil du entfernt parkst und halt mit dem Bike dann erstmal zum Park ein bisschen in den Wald reinfahren musst oder reinschieben musst, je nachdem, wenn du einen Downhill hast. Somit hängen halt alle und chillen auch alle zwischen den Abfahrten da ab. Es gibt super leckeres Essen vom Grill, einfach nette Leute und du hast dort immer eine gute Zeit. Also Race Park Schulberg, fahr mal hin. So, ich hoffe, du konntest dir jetzt einen guten Überblick über die Bike Parks im schönen Harz machen und ich würde mich freuen, wenn du mir einen Daumen für das Video da lässt oder vielleicht auch ein Abo, denn du findest auf meinem Kanal bereits jetzt und auch in Zukunft insbesondere viele Videos aus dem Harz. Also, bis dann, ride on, ciao, ciao.